Herzlich willkommen bei ihrer St. Galler Kantonalbank mit einer neuen Ausgabe von Winklers Weitblick. Der heutige Titel lautet, die Stimmung ist gut? Zu gut? Fragezeichen. Wir haben Mittwoch, den 30. November und der DAX notiert aktuell bei 14.400 Punkten, was rund 100 Punkte mehr sind als bei unserer letzten Ausgabe vor zwei Wochen. Herzlich willkommen in der Vorweihnachtszeit. Mein Name ist Michael Winkler, begrüße Sie. Vor zwei Wochen beschäftigten wir uns mit dem Thema die Sehnsucht der Anleger nach positiven Nachrichten. Und wenn wir heute den Titel gewählt haben, die Stimmung ist gut, scheinen ja positive Nachrichten gekommen zu sein und die Stimmung noch weiter verbessert zu haben. Das schauen wir uns an. Ich habe Ihnen heute einiges mitgebracht. Unsere Agenda. Ja, erstens geht es um die Stimmung. Zweitens das Thema Inflation. Drittens der IFO-Index. Viertens beschäftigen wir uns mit dem Thema Liquidität. Unser fünfter Tagesordnungspunkt heute beschäftigt sich mit den Zinskurven. Und der sechste Punkt mit den Aktienmärkten und der laufenden Kursrallye. Starten wir mit dem ersten Punkt unserer Stimmung. Wie so häufig bringe ich Ihnen Sentimentindikatoren mit. Und den, den ich Ihnen heute mitgebracht habe, den kennen Sie bereits. Der ist aus den USA von CNN, der Fear and Greed Index, der sogenannte Angst- und Gierindex. Der misst die Stimmung der US-Anleger und zeigt, ob sie pessimistisch, optimistisch sind und klassifiziert das. Aktuell mit den letzten Werten, die wir hatten, mit einem Wert von 66 sind wir wieder im Greed-Bereich, mitten im Greed-Bereich, sprich im Gier-Bereich der Anleger angekommen. Und da stelle ich mir die Frage, wo ist die Angst der Anleger geblieben? Ende September, Anfang Oktober, das ist noch gar nicht so lange her, herrschte extreme Angst. Da war der Indikator eher hier, mit Werten zwischen 0 und 20. Also es hat eine deutliche Stimmungsverbesserung stattgefunden. Dazu muss man allerdings sagen, wenn die Stimmung nicht nur neutral geworden ist, also die Angst verschwunden ist, sogar schon wieder in den Bereich der Gier vorgedrungen ist, herrscht eine gewisse Sorglosigkeit. Und Sorglosigkeit macht Märkte anfällig auch für Korrekturen. Das ist unser erster Stimmungsindikator heute. Der zweite, den ich Ihnen mitgebracht habe, den kennen Sie auch. Unseren guten alten bekannten VDAX, der VolatilitätsDAX. Also der Index für den DAX, der die Volatilität misst. So, was fällt hier auf? Es fällt auf, dass wir auch hier in den letzten Wochen einen deutlichen Rückgang der Volatilität gesehen haben. Und zwar von Werten um die 33. Und rein zufällig waren diese Werte mit 33 Ende September, Anfang Oktober, als auch der CNN-Index massive Angst angezeigt hatte. So, wir sind von den niedrigen Schwankungen inzwischen wieder unter das Niveau des Augustes und unter das Niveau aus dem Juni gekommen. Mit Werten um 20 sind wir wieder dort angekommen, mit niedrigen Schwankungen, wie vor dem Kriegsausbruch im Februar in der Ukraine. Da stelle ich mir die Frage, wo ist die Angst geblieben? Also sind die Krisenherde Ukraine, Energieversorgung, Inflation, Rezessionsangst, sind die alle verschwunden? Scheinbar ja. Also eine Beruhigung des Marktes mit niedrigeren Schwankungen ist gut, aber wir sind schon wieder so tief angekommen, dass man daraus auch herauslesen kann, nicht nur wie bei dem CNN-Index in den USA, sondern auch am deutschen Aktienmarkt herrscht inzwischen eine gewisse Sorglosigkeit. Und wie gesagt, Sorglosigkeit macht die Märkte anfällig für Korrekturen. Und die dritte Meldung, die zu dem Thema gute Stimmung oder eventuell Sorglosigkeit passt, kommt aus China. In den letzten Tagen sind hier Corona-Rekordzahlen vermeldet worden. Die Überschriften lauten, neue Lockdowns drücken Chinas Wachstum und belasten europäische Unternehmen. Die chinesische Staatsführung bekommt die Krise nicht in den Griff. Europäische Firmen schlagen Alarm. Dazu kann ich nur sagen, neue Lockdowns in China? Scheinbar kein Problem. Vor einigen Monaten hätten diese Meldungen allerdings sehr wahrscheinlich für Kursanbrüche an den Märkten gesorgt. Auch das zeigt, dass momentan Risiken scheinbar eher ausgeblendet werden und eine gewisse Sorglosigkeit herrscht. So viel zu unserem ersten Punkt, die Stimmung ist gut. Zu gut? Fragezeichen, vielleicht sogar Ausrufezeichen. Warum ist die Stimmung so gut geworden? Das bringt uns zu unserem zweiten Punkt. Inflation. Die Inflation scheint auf dem richtigen Weg zu sein. In den USA sinkt sie bereits seit Juni von Werten über 9 Prozent auf jetzt schon unter 8 Prozent, 7,7 Prozent. Die Richtung scheint zu stimmen. Die Anleger feiern Party auf gut Deutsch. Und zwar erwarten sie, dass die amerikanische Notenbank jetzt im Dezember, in zwei Wochen, ihre Zinsen nicht mehr um, wie noch vor einigen Wochen befürchtet, um 75 Basispunkte erhöhen wird, sondern nur noch um 50 Basispunkte. Und das nur noch mit Anführungszeichen. Denn früher waren Zinserhöhungen eher in 25 Basispunkten Schritten normal. Also insofern sind die 50 nicht so viel wie befürchtet, aber sie sind eigentlich immer noch mehr als früher. Und diese Zinserhöhung wird den Geldmarktzins auf ein Niveau von etwa 4,5 Prozent bringen. Und diese 4,5, die werden wahrscheinlich durch die nächste Zinserhöhung, die für Februar erwartet wird, den Geldmarktzins dann in Richtung knapp 5 Prozent bringen. Und ein Geldmarktzins von etwa 5 Prozent, der wird die Konjunktur weiter abkühlen, vielleicht sogar abwürgen. Und das nur noch als Ergänzung. Deswegen kann selbst, wenn die FED im Februar fertig sein sollte mit ihren Zinserhöhungen von Zinssenkungen noch lange keine Rede sein. Also es wird momentan gefeiert, weil es scheinbar nicht so schlimm wird, wie befürchtet. Wie sieht es bei uns in Deutschland aus? Ganz im Gegensatz zu den USA hatten wir noch bis letzten Monat in Deutschland weiter steigende Inflationsraten mit, in Deutschland gemessen, einem Wert von 10,4 Prozent. Das ist die deutsche Berechnungsmethode. Die europäische Methode kommt für deutsche Werte eben auf Inflationsraten sogar von über 11 Prozent. So und gestern kam die Zahl für den Monat November und sie war zum allerersten Mal ein wenig rückläufig. Also das ist dieser kleine Zacken hier. Und zwar mit einem Wert von 10 Prozent. Nicht mal 10,4, sondern 10 Prozent. Auch leicht rückläufig. Auch hier scheinen wir die Spitze des Inflationszyklus erreicht zu haben. Wie sieht die Geldmarktsituation unserer Notenbank aus? Also während die FED inzwischen mit ihren Zinserhöhungen einen Geldmarktzins von bis jetzt 4 Prozent erreicht hat, ist die EZB wie immer hinten dran. Sie ist bei 2 Prozent angekommen. Auch die EZB wird im Dezember, auch in gut zwei Wochen, noch einmal ihren Zins erhöhen. Wahrscheinlich um 75 Basispunkte auf dann 2,75. Und auch hier ist die Erwartung, dass per Februar die EZB wahrscheinlich in dem Bereich 3 bis 3,25 sein wird. Also niedriger als in den USA bei einer noch höheren Inflationsrate. Also die EZB hat, glaube ich, eigentlich noch viel zu tun. Und wichtige Fragen hier für 2023 werden einfach, wie schnell kommt die Inflation wirklich zurück? Also kommt sie auch nur langsam zurück aus dem Bereich 10, 9,5, 9, 8,5, was alles noch viel zu hoch wäre? Oder kommt sie schneller und deutlicher zurück? Wir dürfen nicht vergessen, das definierte Inflationsziel der Notenbanken sind die 2 Prozent. Von denen sind wir noch meilenweit weg. Und das bedeutet auch die nächste Frage für nächstes Jahr. Wann und wo beendet die EZB ihre Zinserhöhung? Also wann auf der Zeitachse und wo auf welchem Niveau? Das ist momentan noch relativ unklar. Aber momentan scheint auch hier die Inflation auf dem richtigen Weg zu sein. Auch ein Grund für die gute Stimmung, die wir haben. Unser dritter Punkt. Der IFO-Index wird einmal im Monat veröffentlicht. Und der IFO-Index besteht aus zwei Komponenten. Er besteht einmal aus der Beurteilung der aktuellen Lage und aus den Geschäftserwartungen. Was ich Ihnen heute mitgebracht habe, sind die IFO- Geschäftserwartungen, weil das der Blick in die Zukunft ist und insofern noch wichtiger für die Börse ist. So und was fällt hier auf? Hier die Geschäftserwartungen sind in den letzten Wochen, für den letzten Monat, mit Werten von ursprünglich 75 auf 80 angestiegen. Das ist das eine, eine positive Richtung. Und zum Zweiten, wenn wir uns das auch anschauen, wo waren denn die Geschäftserwartungen im Corona-Crash? Die waren hier unten, auch in dem Bereich zwischen 70 und 75 und dem hatten wir uns jetzt hier eindeutig angenähert. Also vielleicht kommt es aktuell sogar zu einer Bodenbildung der Geschäftserwartungen. Und die Deutung auch hier wäre, kommt alles vielleicht nicht so schlimm wie befürchtet. Und insofern ist das ein weiterer Grund, neben der rückläufigen Inflation, für die gute Stimmung und die gute Entwicklung an den Märkten in den letzten Wochen. Entschuldigung, ich habe es hier tituliert mit Partystimmung. Warum? Die Gasspeicher scheinen gefüllt zu sein. Wahrscheinlich gibt es keine Energiekrise in diesem Winter. Und wir sehen als Folge davon eine Erleichterungsrallye an den Börsen. Dass die Energiesituation nicht wirklich gelöst ist bisher und wir eventuell im nächsten Winter doch noch eine Energiekrise bekommen werden. Das ist momentan noch weit weg und interessiert scheinbar auch momentan keinen. Insofern ist das der nächste Grund, warum wir in den letzten Wochen in der Summe freundliche und ruhige Märkte sehen konnten. Ein ganz anderer Punkt neben dem IFO-Index. Unser vierter Punkt, das Thema Liquidität oder hier mit der Überschrift Liquiditätsentzug. Ich habe Ihnen aus den USA die Bilanzsumme der FED mitgebracht. Und zwar seit Mitte der 90er Jahre. Und das fing mal an, gefühlt bei einem Wert, der sogar bis 2007, 2008 auf ein Niveau ging, wenn wir uns das auf der Skalierung anschauen, hatte die FED eine Bilanzsumme von unter 1000 Milliarden Dollar. Dann kam die Finanzkrise 2008, 2009 und es wurden zum allerersten Mal die Gelddruckmaschinen angeworfen mit dem Ergebnis, dass die Bilanzsumme von 1000 sich auf 4000 US-Dollar vervierfachte. Das war dieses gedruckte Geld und die Liquidität, die in die Märkte geschrömt ist. Als Folge der Corona-Krise im Jahr 2020 haben die Notenbanken noch einmal Gas gegeben und zwar richtig Gas. Die FED hat ihre Bilanzsumme noch einmal verdoppelt und zwar von 4000 Milliarden auf 8000 Milliarden Dollar. Das ist das viele Geld, was in die Märkte geströmt ist, was auch die Kurse mit angetrieben und unterstützt hat und eventuell auch ein Grund ist, warum wir momentan auch so hohe Inflationsraten haben. Und was wir ganz rechts am Rand dieser Grafik hier sehen können, auch hier diese Kurve fängt an zu fallen. Das sieht so ähnlich aus wie die Inflationsrate. Die Kurve fängt an zu fallen, weil die amerikanische Notenbank sich entschieden hat, seit September dem Markt wieder Liquidität zu entziehen, sprich ihre Bilanzsumme zu verkleinern und zwar um den Wert von 95 Milliarden US-Dollar jeden Monat. Und auch das zeigt, wo wir heute noch sind, der Weg zur Normalität ist weit. Jetzt ist die Frage, was definiere ich als Normalität? Definiere ich die 4000 Milliarden US-Dollar, also nach den ersten Gelddruckprogrammen oder wäre es sogar noch weniger? Wie auch immer, die FED ist dabei, ihre Bilanzsumme zu verkleinern mit dem Ergebnis des Liquiditätsentzuges für den Markt. Und Liquiditätsentzug ist ganz im Gegensatz zu einer Liquiditätszufuhr noch nie gut gewesen für die Aktienmärkte. Woran kann man das festmachen? Die amerikanische Notenbank hatte das schon einmal probiert. Hier in den Jahren 2017 und 2018, auch hier, hat sie angefangen, den Markt Liquidität zu entziehen. Die Bilanzsumme ist etwas gefallen. Das hat sie dann für einige Monate durchgehalten, bis zum Dezember 2018. Dann war die Stimmung so schlecht unter den Anlegern und die Angst wegen geringerer Liquidität so groß, dass der S&P in dieser Phase dann auf einmal um 20 Prozent gefallen war und die Notenbank das wieder beendet hat. Also es wird spannend zu sehen, wie ernst sie es diesmal meinen, wie weit sie die Bilanzsumme wirklich verkleinern können, auf welches Niveau wir kommen werden. Wie gesagt, der Weg zur Normalität ist noch weit und eine ähnliche Situation, wenn auch in anderen Dimensionen, hat die EZB. Sie hinkt wie immer hinterher und auch sie denkt darüber nach, ab dem neuen Jahr ihre Bilanzsumme eventuell abzubauen und zu verkleinern, was auch einen Liquiditätsentzug für die Märkte bedeuten würde. Und das ist eben ganz im Gegensatz zu einer Liquiditätszufuhr nicht unbedingt eine Triebfeder für steigende Aktienkurse. Unser nächster Punkt beschäftigt sich mit den Zinskurven. Unter der Überschrift massive Inversion der Zinskurven habe ich Ihnen heute die Zinskurve aus den USA mitgebracht. Und eine Zinskurve zeigt eine Zinsdifferenz zwischen zwei Werten oder Laufzeitbereichen an. Relativ üblich und häufig genannt ist die Zinskurve, die sich auf den Bereich zwischen zwei Jahren und zehn Jahren Laufzeit bezieht. Und das bedeutet, nehmen wir ein aktuelles Beispiel, wenn der Zins für zwei Jahre in den USA jetzt bei vier Prozent liegen würde und der für zehn Jahre auch bei vier Prozent, dann wäre die Zinskurve bei null. Und je höher der Zins für die Zehnjährigen liegt im Vergleich zu den Zweijährigen, also desto einen größeren Wert hat auch die Zinskurve angenommen. Also in der Spitze sehen wir in der Vergangenheit hier, war das Jahr 2009, 10, 11, 2003, 4 mit Werten von fast 300 Basispunkten. Das zeigte an, dass der Zins für den zehnjährigen Zeitraum dann eben um fast drei Prozentpunkte höher lag als für die Zweijährigen. So, wie sieht das aktuell aus im laufenden Jahr? Wir hatten vor gar nicht allzu langer Zeit hier noch eine Zinskurve mit plus 150 Basispunkten. Also hier lag die Verzinsung der zehnjährigen Anleihe um anderthalb Prozent höher als die Zweijährigen. Und was wir sehen, seitdem die Notenbank begonnen hat, die Zinsen zu erhöhen, einen massiven Rückgang dieser Zinskurve und zwar massiv nicht nur auf die Null, wie wir es hier 2018 mal hatten oder leicht unter Null, wie wir es in der Phase 2006, 2007, 2008 hatten oder sogar bis minus 50 Basispunkte, wie wir es 2000, 2001 hatten. Nein, wir sind momentan schon in dem Bereich von über minus 70 Basispunkten, aktuell bei fast minus 74 Basispunkten. Also massiv invertiert. Das heißt, die Zinsen für die Zweijährigen liegen momentan um ein gutes Dreiviertelprozent sogar höher als der Zehnjährigen. Und jetzt kommen wir zu der Aussagekraft der Zinskurve, speziell einer invertierten Zinskurve. Mit einer fast hundertprozentigen Trefferquote aus der Vergangenheit kann man sagen oder annehmen, dass auf eine deutlich invertierte Zinskurve die Rezession folgt. Jetzt können wir natürlich sagen, das wissen wir, dass wir Richtung Rezession steuern. Das kennen wir alles. Das interessiert uns nicht mehr. Das belastet uns nicht mehr. Wir sind aber noch nicht einmal angekommen in der Rezession. Also dazu muss ich sagen, man hat an den Börsen so momentan das Gefühl, naja, die Rezession ist schon verarbeitet. Wir schauen schon nach vorne. Dabei sind wir noch gar nicht angekommen. Also vielleicht ist die Party ein wenig früh an der Börse. Also wie gesagt, eine massiv invertierte Zinskurve, so invertiert wie seit den 80er Jahren nicht mehr, zeigt mit einer fast hundertprozentigen Trefferquote im nächsten Jahr das Erreichen einer Rezession an. Und all das zusammen führt uns zum sechsten Punkt. Der Kursrallye an den Aktienmärkten. Zum einen haben die europäischen Aktienmärkte in den letzten Wochen eine ganz starke Rallye hingelegt. Wenn wir auf den DAX schauen, der war Ende September, Anfang Oktober hier noch im Bereich von 12.000 Punkten. Und die letzten Wochen haben ihn in der Spitze bis letzte Woche sogar bis zu einem Niveau von 14.500 Punkten gebracht. Eine Rallye von 2.500 Punkten und damit über 20 Prozent. Also da hat schon sehr, sehr viel in den Kursen stattgefunden. Und dann ist eben natürlich die Frage, ist eventuell die Partystimmung zu gut? Wenn wir uns neben aller fundamentalen Betrachtung uns das technisch anschauen, technisch heißt dann Charttechnisch, wie wir vorhin auch Sentimenttechnisch die Märkte analysiert hatten. Mit den Werten von 14.500 nähert sich der DAX ganz stark einer massiven Widerstandszone, die in unmittelbarer Nähe liegt, nämlich im Bereich 14.800 bis 15.000 Punkten. Also zum einen können wir feststellen, dass aufgrund dieser 2.500-Punkte-Rallye die Märkte oder auch der DAX natürlich kurzfristig überhitzt ist. Der muss sich mal beruhigen und abkühlen. Und es liegen massive Widerstände direkt in der Nähe. Also es ist schon unwahrscheinlich, dass wir direkt deutlich weiter steigende Kurse sehen, sondern normalerweise eigentlich eine Beruhigung. Und wenn Sie mich jetzt fragen, naja, wir kommen jetzt, wir haben heute 30. November, wir kommen jetzt in den Dezember, was ist denn mit der Jahresendrallye? Da würde ich sagen, die hat, glaube ich, zum größten Teil schon stattgefunden in den letzten Wochen. Das zu der kurzfristigen Aussagekraft. Allerdings, es gibt mittelfristig, in der mittelfristigen Betrachtung eine deutliche technische Verbesserung. Ich mache hier die Grafik nochmal sauber, weil diese gelbe Linie, die wir hier in der Grafik sehen, das ist die bekannte 200-Tages-Linie. So, die fällt und fällt und fällt. Die ist jetzt in einem Bereich von 13.500 Punkten. Das Interessante daran ist, dass der DAX mit dem Kursanstieg der letzten Wochen zum ersten Mal in diesem Jahr diese 200-Tages-Linie deutlich überwunden hat und nämlich fast um 1.000 Punkte überwunden. Und es fällt noch etwas auf, was das Kursgeschehen in diesem Jahr sehr schön beschreibt. Wir waren bisher in einem Abwärtsmarkt. Abwärtsmarkt bedeutet, dass ein Tief, was am Markt erreicht wird, tiefer ist als das vorhergehende. Also wir hatten hier ein Tief im März bei knapp 13.000 Punkten. Wir hatten im Juli ein Tief, das tiefer lag, nämlich bei 12.400 und wir hatten hier am Ende September ein Tief, das bei der knappen 12.000 lag. Also permanente neue Tiefs. Das sind Anzeichen für einen existierenden Abwärtstrend. Und passend dazu sind die jeweiligen Kurserholungen, die dann stattgefunden haben, auch immer niedriger. Und jetzt ist durch den Kursanstieg der letzten Wochen etwas passiert. Also zum einen haben wir mit deutlichem Abstand die 200-Tages-Linie überwinden können und zum zweiten haben wir zum ersten Mal ein höheres Hoch gemacht. Was bedeutet, unter mittelfristigen Betrachtungen ist die Trendaussage für den DAX jetzt eine andere geworden. Also während wir bis vor wenigen Wochen noch von einer intakten Abwärtsbewegung sprechen konnten, sind wir zumindest mal jetzt in das Niveau einer Seitwärtsbewegung eingetaucht. Also wir haben diesen Abwärtsmarkt verlassen. Das ist gut. Das ist auch eine gute Aussicht für nächstes Jahr. Und das zeigt uns auch so ein bisschen an, wenn der Markt jetzt kurzfristig überhitzt sein sollte, aufgrund der Kursanstiege der letzten Wochen, wenn er sich mal wieder beruhigen sollte und korrigieren sollte, dann kann er durchaus 1000 Punkte fallen und erreicht dann vielleicht nur das Niveau der 200-Tages-Linie, was dann trendbestätigend und gut wäre. Also insofern sieht der DAX aufgrund der Kursrallye gar nicht so schlecht aus. Das mag verblüffen, weil mit Kursen von 14.500 Punkten sind wir nur etwas mehr als 10 Prozent von den alten Höchstkursen weg und nähern uns der Rezession. Das kann man logisch finden, muss man aber nicht. Also das zeigt vielleicht auch, wie viel momentan schon etwas vorweggenommen wurde. Das war der DAX. Ähnlich wie der DAX aus Europa, der Eurostoxx 50, auch eine starke Rallye mit dem Ergebnis der Kursanstieg hier der letzten Wochen, hat ihn in die Nähe der massiven Widerstandszone und runden Marke von 4000 Punkten gebracht. Also ähnliche Aussage wie beim DAX. Starke Rallye hat stattgefunden. Wir haben massive Widerstandszonen in unmittelbarer Nähe. Das ist beim Eurostoxx die Marke etwa 4000. Der Markt ist kurzfristig überhitzt, alles das Gleiche. Aber auch hier mit dem Überwinden der 200-Tages-Linie hat eine mittelfristige technische Verbesserung hier stattgefunden. Und der Trend geht auch hier. Das passt dann eben auch für die europäischen Märkte nicht mehr auch von abwärts, sondern wir reden dann zumindest schon mal von dem Erreichen eines Seitwärtsmarktes, was mit dem Blick nach vorne gar nicht so schlecht ausschaut. Das ist Europa. Und das Verblüffende ist, dass Europa ja eigentlich unsere Krisenregion ist und die Märkte technisch gar nicht so schlecht aussehen. Und wenn wir auf der Suche immer nach dem sicheren Hort in diesem Jahr waren, also möglichst weit weg vom Krieg in Europa, möglichst weit weg von der Energiekrise in Europa, ging man in den MSCI World, der knapp 70 Prozent US-Anteil hat. Und das Merkwürdige ist, dass der Weltindex passend wie die amerikanischen Aktienindizes nicht so gut aussieht wie die momentan, wie die europäischen Märkte. Wir haben bisher immer noch die fallenden Tiefpunkte. Ja, hatten wir auch. Und während wir in Europa aber neue höhere Hochs gemacht haben, der aktuellen Rallye, ist das hier momentan nicht passiert im Weltindex. Und während die europäischen Aktienmärkte die 200-Tageslinie deutlich überschreiten konnten, ist der Weltindex bisher an der 200-Tageslinie sogar abgeprallt. Also wir haben kein neues Hoch gemacht. Wir sind bisher immer noch unterhalb der 200-Tageslinie. Deswegen kann für den Weltaktienindex und damit für die USA technisch noch keine endgültige Entwarnung gegeben werden. Das ist verblüffend, dass gerade die europäischen Aktienmärkte technisch stabiler und besser aussehen. Das bedeutet für mich in der Zusammenfassung, wir haben eine sehr gute Stimmung und diese sehr gute Stimmung zeigt aber auch eine gewisse Sorglosigkeit der Anleger. Momentan wird nach dem Motto agiert, es kommt nicht so schlimm wie befürchtet. Also die Zinserhöhungen der FED gehen vielleicht nicht so weit und so stark wie befürchtet. Die Energiekrise in Europa fällt nicht so stark aus wie befürchtet. Und das sorgt für eine massive Erleichterungsrallye an den Börsen. Das bedeutet aber nicht, die Lage ist gut. Also sie wird vielleicht nur nicht so schlecht sein wie befürchtet. Denn die Zinserhöhungen der Notenbanken werden ziemlich sicher für eine Rezession sorgen. Thema invertierte Zinskurve. Und die Hoffnung ist momentan einfach, das wird eine milde Rezession, das wird gar nicht so schlimm. Insofern brauchen wir uns da keine großen Sorgen machen. Dazu muss man aber auch sagen, speziell die US-amerikanischen Anleger haben in ihrem Kapitalmarkt mit einem Zinsniveau, wie vorhin gezeigt, ja von etwa 4 bis 5 Prozent eine klare Alternative zum Aktienmarkt. Weil sichere 4 bis 5 Prozent hatten wir schon viele, viele Jahre nicht mehr. Und zur technischen Betrachtung mit der Rallye der letzten Wochen sind die Aktienmärkte kurzfristig überhitzt. Die europäischen Aktienmärkte haben es aber geschafft, ihre technische Situation deutlich zu verbessern, Abwärtstrends zu verlassen und zumindest neutraler inzwischen beurteilt werden zu können. Das hat der Weltindex in den USA aktuell noch nicht geschafft. Aber mit dem Ausblick nach vorne in das nächste Jahr kann man sagen, Verhalten positiv. So meine Damen und Herren, das war es für heute. Das war unsere vorletzte Ausgabe in diesem Jahr. Also ich freue mich darauf, Sie in zwei Wochen Mitte Dezember noch einmal zu unserer letzten Ausgabe für dieses Jahr begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, die vielen Themen waren heute spannend und interessant für Sie. Es hat mich wie immer gefreut. Ihr Michael Winkler, vielen Dank.